Liebe Freundinnen und Freunde des Kinderpalliativzentrums in Datteln, diese Einrichtung ist ein Lichtblick. Ein Lichtblick für alle Kinder und Jugendlichen in schwierigen Zeiten mit lebensbedrohlicher Erkrankung, die einfach einen guten Ort brauchen, um mit ihren Schmerzen umzugehen. Für die Eltern, die Unterstützung erhalten und gemeinsam insgesamt als Familie da den passenden Ort finden, um schwere Zeiten zu durchstehen und dort auch die Hilfe und die Unterstützung von lieben Menschen zu erhalten, die auch gleichzeitig wissen, was zu tun ist. Das ist eine bundesweit einmalige Einrichtung und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass wir gerade in Datteln diese Einrichtung haben. Und sie lebt davon, dass alle, die dort tätig sind, mit hohem Engagement bereit sind, viel, viel zu geben. Ich habe das in vielen Begegnungen erleben dürfen und kann nur sagen, Hut ab, Respekt für diese Arbeit. Zehn Jahre sind es schon und ich wünsche viel Erfolg, viel Glück. Und vor allen Dingen viel Glück für diejenigen, die als Patientinnen und Patienten dort sind, auf dem weiteren Weg.